Moin Leute und herzlich willkommen zum 13. Video in dieser Tutorial-Reihe. Heute geht es um Cookies. Das bedeutet, wir wollen, dass irgendwo unten rechts oben, irgendwo auf unserer Seite ein Hinweis ist, dass auf dieser Seite Cookies benutzt werden. Das ist mittlerweile in der EU vorgeschrieben. Wenn eure Website das nicht hat und irgendwer macht da Stress, könnte angezeigt werden. Also ist es natürlich immer besser, wenn man diesen Hinweis hat. Man kann, also jede Website benutzt Cookies, ob sie will oder nicht, automatisch. Cookies, was das genau sind, kann ich euch auch nochmal einen Link reinsetzen. Für manche, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was es ist. An sich sind das einfach kleine Hintergrundprozesse, die zum Beispiel Daten an Google Analytics senden, falls ihr das verbunden habt, um Daten von den Benutzern eurer Seite auszuwerten oder einfach um manche Teile eurer Webseite im Hintergrund abzuspeichern. Dass sie beim nächsten Aufruf schon geladen sind und nicht mal die ganze Website geladen wird und so weiter und so fort. Ich schicke euch da einfach mal, tue ich euch da mal noch einen Link in die Beschreibung, falls da noch Interesse besteht, nochmal genaueres nachzuschauen. Und wir gucken uns heute mal die Seite Cookies-Consent bei Osano an. Die Seite ist sehr gut, wenn ihr einfach euch ein halbwegs individuelles Cookie-Hinweis-Ding, heute war es schon wieder qualitativ sehr hochwertig hier. Auf jeden Fall drücken wir auf Download, wir müssen aber nichts runterladen, deshalb finde ich eigentlich den Namen Download hier ein bisschen irreführend, aber wir drücken mal drauf. Jetzt öffnet sich nämlich einfach sozusagen eine neue Seite, wo wir das Ganze konfigurieren können. Wir können jetzt erstens die Position auswählen. Wir sehen immer gleich hier unten, also wir sehen immer gleich auf der Seite, wie unser jetziger Cookie-Hinweis aussehen würde. Wir können halt sagen unten oder wollen wir den vielleicht links oder rechts oder oben oder oben, aber er drückt den Content so nach unten weg. Wir sagen jetzt einfach mal, sagen wir mal rechts, rechts unten. Dann können wir uns nochmal ein Layout auswählen, entweder Block, wie jetzt, dann können wir z.B. auch noch Edgeless sagen, das ist auch echt ganz hübsch, oder Classic, Wire, dann sagen wir einfach mal Edgeless. Dann können wir uns hier eine Farbpalette aussuchen, wie wir das halt gerne haben wollen. Ich sage mal, zu unserer Seite passt das Design ganz gut mit dem Blau und dem Weiß. Wir könnten hier auch noch einiges selbst erstellen. Die Farbe etc. könnten wir hier anpassen. Wir könnten dann z.B. unseren Hex-Code von unserer Seite direkt raussuchen, den wir benutzt haben für den Hintergrund etc., damit es wirklich noch besser passen würde. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Aber ich sage mal, wenn ihr jetzt wirklich euch mal so einen Cookie-Hinweis erstellt, dann guckt einfach mal in eurer CSS-Datei, was ihr für die Hintergründe so für Farben habt. Weil es ist immer gut, wenn das dann alles die gleichen Farben sind. Dann geht das so ein bisschen ineinander über. Und dann ist das Cookie-Hinweis nicht so komplett anders. Also z.B. unpassend wäre z.B. für meine blaue Webseite, wenn ich aber so ein krelle-rotes Ding hier oder orange-schrein mache, das würde jetzt nicht perfekt passen. Deshalb machen wir einfach mal dieses blaue. Wie gesagt, könnt ihr das ja noch anpassen. Probiert einfach mal ein bisschen rum. Genau, und jetzt hier können wir halt, es steht in dem Text, das Website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Und dann learn more. Dann könnt ihr halt sagen, soll das halt zu dieser Seite, z.B. hier cookiesinyou.com, die werde ich auch verlinken. Da geht es halt darum, was sind Cookies? Wollt ihr, dass die da hingehen? Oder wollen wir z.B. zu unserer eigenen Datenschutzrichtlinie machen? Wir können dann hier z.B. eintragen www und dann unsere Website.de slash datenschutz.html z.B. Wenn das jetzt unsere Datei wäre, die noch auf unserem Server liegt, lassen wir das jetzt einfach mal hier über den oben. Normalerweise wäre es immer ganz praktisch, wenn ihr hier zu eurem Datenschutz verlinkt. Okay, den solltet ihr auf jeden Fall auch haben. Also das ist auch Pflicht, eigentlich auch für jede Webseite, die online ist. Okay, das heißt, wir lassen es aber erstmal hier und könnten jetzt noch den Type ändern, just tell users that we use cookies. Das ist erstmal das, was auf jeden Fall Pflicht ist. Ihr könntet jetzt halt auch noch, wenn ihr advanced unterwegs sein wollt, einstellen lassen, dass die Benutzer Cookies akzeptieren oder auch ablehnen können. Das Ding ist, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal auf der Seite einiges bearbeiten und halt ein bisschen mit, ich glaube mit JavaScript ist das, ein bisschen auf jeden Fall arbeiten, dass halt, wenn der halt hier auch dann auf Ablehnen drückt, dass dann wirklich diese Cookies nicht benutzt werden, etc. Das ist auf jeden Fall nochmal einiges mehr Aufwand. Und ich sage mal, für eine kleine Webseite ist es auf jeden Fall auch komplett ausreichend, wenn ihr einfach nur den Hinweis habt und dann fertig. Aber wenn ihr halt wirklich wollt, dass der Benutzer alles selbst einstellen kann, dann könnt ihr, wie gesagt, auch das hier mit den advanced Dingern machen, könnt euch dazu die Dokumentation nochmal durchlesen. Wenn da Interesse besteht, könnt ihr auch einfach das schreiben, dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an und mache das auch nochmal ein Video. Wäre an sich auch kein Problem. Wie gesagt, persönlich nutze ich das meistens so, weil man an sich nicht groß was braucht, aber wenn man halt wirklich ein bisschen mehr auf den Benutzer nochmal eingehen möchte, dass er die Möglichkeit hat, dann können wir uns damit ja nochmal auseinandersetzen. Hier könnt ihr dann halt die Nachricht anpassen. Man könnt ja zum Beispiel, wenn die Webseite gefühlt ausschließlich für Deutsche ist, dann einfach einen deutschen Text reinschreiben, zum Beispiel, was sich unsere Website benutzt. Benutzt Cookies. Mehr erfahren Sie in unserer Daten... Oder in unserem... unserem Datenschutz. Oder ja, irgendwie sowas. Gibt es ja auch. Ihr könnt ja auch einfach nach Cookie-Texten googlen oder euch selbst was ausdenken. Seid einfach aktiv. Und dann könnt ihr hier, was ich... Schöne zu. Und dann könnt ihr hier jetzt Learn More, was ich Datenschutz schreiben. Dann würde das zum Beispiel dann der Link, wenn ihr hier dann zu Datenschutz gemacht habt, können dann die Leute hier draufdrücken nochmal, falls es sich wirklich interessiert, und dann würden die zu Datenschutz kommen. Und das war es auch an sich schon mal hier. Wir haben jetzt sozusagen hier das alles angepasst. Und jetzt, nachdem wir das angepasst haben, können wir einfach hier diesen Code nehmen. Wir drücken einfach auf Copy Code. Haben wir das alles kopiert. Gehen zu unserer Website. Und fügen das... Achso, das steht... Ich kann es euch nochmal kurz zeigen. Das steht dann auch hier unten. Add a code in the header of your website just before the head tag for help. Add an additional option. See our documentation. So, das heißt, wir... Ähm... Platzieren das just before the end. Also wir... Platzieren das genau vor dem Ende des head tags. Also man kann es auch einfach irgendwo im head platzieren. Das macht an sich jetzt nicht den großen Unterschied. Ähm... Wir gehen also in unsere Datei... Äh... Also in unsere Index.html Und suchen nach dem Head Tag. Der ist hier. Und jetzt können wir es hier direkt einfügen. Wir machen es jetzt einfach mal hier ganz unten. Wie gesagt, das ist eigentlich egal. Ähm... Fügen das hier ein. Können da vielleicht so einen kleinen Kommentar davor machen. So was wie Cookie-Hinweis. Oder ja, einfach Cookie. Wird schon reichen. Und hier könnt ihr das auch nochmal alles anpassen. Hintergrundfarbe. Und von dem Button Hintergrundfarbe. Und den Text. Und wo das... Was hier drin ist stehen soll. Und... Also hier könnt ihr auch nochmal alles direkt anpassen. Wenn ihr euch... Nachdem ihr den Button auf der Seite stellt, sagt... Okay, ich möchte doch nochmal irgendwas anpassen. Hier könnt ihr auch das Theme alles umstellen. Also das ist hier eigentlich ganz praktisch. Jetzt können wir das einfach noch auf... Auf unseren anderen Seiten. Theoretisch. Also wenn ihr jetzt mehrere Seiten habt. Nicht nur die Index.html. Könnt ihr das einfach kopieren. Und dann noch auf die anderen Seiten einfügen. Ähm... Wir haben jetzt hier gerade keine anderen Seiten. Aber zum Beispiel... Also wenn ihr halt mehrere Seiten habt. Fügt ihr das einfach oben immer noch in den Head Tag ein. Und das Schöne ist... Ähm... Das funktioniert halt auch so. Dass wenn... Ihr das auf irgendeiner Seite... Oder der Benutzer das auf irgendeiner Seite... Auf Stimme zudrückt. Dann erkennt er das automatisch. Und... Ähm... Zeigt es nicht auf allen anderen Seiten nochmal erneut an. Also es... Das erkennt... Wenn der das einmal gedrückt hat. Dann zeigen wir das denen jetzt erstmal nicht mehr an. Dann passt das. Und... Genau. Aber es ist halt trotzdem praktisch das auf jeder Seite zu haben. Weil es kann ja sein, dass man nicht direkt über die Index.html... Also über die Startseite auf eure Seite kommt. Sondern... Warum auch immer irgendwie anders. Und wenn dort dann kein Cookie-Hinweis ist, ist das natürlich unpraktisch. Deshalb fügt es wirklich auf jeder Seite ein. Ähm... Das Skript macht den Rest. Ist wirklich super einfach und super nützlich. Und... Ja... Dann war es das schon mit dem Video. Wie gesagt... Wenn ihr noch Hilfe braucht. Ach, wir können es uns noch kurz anschauen. Wir haben es jetzt hier drinnen. Theoretisch... Äh... Ich glaube, das wird halt erst geladen, wenn ihr das auf dem Webspace habt. Also zustimmen oder ablehnen kann. Gebt mir in den Kommentaren Bescheid. Ansonsten würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's da rin. Und... Ciao. Ciao.